Hallo Leute, mein Name ist sozialinzog und herzlich Willkommen zu, rück zu einer ST4-Präation. Ja, seit der letzten Folge, kleine Warnung, ich bin immer noch angeschlagen, ist Mr. Puzzles auf Spionage-Kurs, um rauszufinden, was ST4s Quelle ist. Und diesmal macht er einen auf Goo. Minions hatten wir schonmal als Gegner, also nur mit Leggy? Äh, das kann ja was werden. Let's go! Es ist aber keine richtige Mr. Puzzles-Folge, wie ich rausfand. Ja, die Tonnen von Leggy ist hier. Was ist jetzt eigentlich mit dem originalen Maggie passiert, wenn ich an dieser Stelle fragen darf? Ja, jetzt ist die Frage. Mario ist noch im Elevator? Wie kommt Mr. Puzzles rein? Er hat den Vorteil, dass es ihm früher der Shogun gehört hat. Das ist der SMG4-Success. Genau für den Tick. Wicked, I'll finally be able to surpass those idiots and be the most famous of all! Hallo, Leggy. Autsch. Der ist doch nur gegengeknallt! Oh, wie ich ihn sag, wohohohoho! Als ob der den Meme gemacht hat und jetzt auch noch ein Sonic-Meme. Autsch. Oh, right, little cockroach. You've been captured by I, Mr. Puzzles. From now on, you're gonna help me get in... Au. Autsch. Diese Ouichis sind echt gefährlich. Ist wenigstens mal nicht kaputt. Oh, die Puzzlewischen hat sich aktiviert und Leggy wurde reingezogen. Doch eine Puzzlewischen-Folge. Nur Leggy ist drin. Und ich glaube, diese Leggy könnte vielleicht das Original sein. Aber diesmal spielt Mr. Puzzlewischen mal zur Abwechslung tatsächlich die Hauptrolle. Ähm. Der arme Hund. Was zum... Fischi ist der Dog? Der muss nur noch die alten Dateien haben. Auf jeden Fall sehen wir neue Gesichter von Mr. Puzzles. Den ersten Film hab ich ja gesehen. Ja, Leggy sind jetzt die Minions. Minions, assemble! I said assemble! Ha ha ha! Yes, yes, thank you all. Ähm. Ist doch eine Puzzles-Episode. Now, Vipys. As you all know, I've been working on something very big behind the scenes. With help from my good friend, Dr. Napali. Who's also done a great job with the Power Generator. Hey, die Bilder. Achso, das ist free. Ich war mir nicht sicher, ob das jetzt free oder foor ist. Hä? But the most vicious villains will breathe in astonishment. We are going to steal the Moon! Hä? Uh, ich bin sicher über das. Was hast du gesagt, Willard? Es ist bereits jemanden, zuerst alles. By the rate they're going, they'll be stealing the Moon in no time. Maybe we can steal something else. Like Pluto. Or a can of beans or something. I don't know. Wie, how? Oh, das ist ja cute. Okay, das wird nur ein gegen jemanden. Vielleicht ist der Gegner erst die vor, hier. Mal gucken. Aber anscheinend wissen wir jetzt, dass Mr. Parsits Funktion erst funktioniert, wenn ein anderer Charakter reingezogen wurde. Den Rest kann er erst dann so erschaffen. Und in diesem Fall ist es ja Leggy, der reingezogen wurde. Den Rest kann er sozusagen aus den Erinnerungen klonen. Dieses Ort kommt mir sehr bekannt vor, übrigens, von dem Mario Simulator. Okay. M. Version 0.000000. Ich glaube, das ist die gefangene Leggy. Die mit mehreren Helmen. Da ist allerdings immer noch die Frage, wie du den Moon jetzt schrumpfen willst. Oh. Ups. Ein bisschen wenig Platz. Die Arme. Okay, okay, gut. Du kannst den Navigator sehen. Feier. Mr. Truffles. Äh, ja. Heute gibt's gegrillten Mushroom. Ähm. Wo ist der Moon? Oh, da ist er. Das ist der Todesstern. Es war so klar, dass das SG-4 ist. Was? What a beep? Sorry. Bin auch angeschlagen. Oh, was? Äh Okay, guter Job, Leggy Vielleicht könnte Leggy ein bisschen Mr. Puzzles mehr in Sinn machen Ich find's auf jeden Fall interessant, dass er neue Faces für diese Episode bekommen hat Who's the force? Who's the force of advanced weaponry to kill that thing? Are you still half asleep? I already tried all my weapons, DINE! No, listen, I installed a secret weapon, now I help you take down the Death Star It should be the glowing fire on your left Okay Es ist ne Disco Kugel Oh, sorry, I meant my left, not yours Autsch Ja, das macht für mehr Sinn Oh, Scheibe Oh, Scheibe Irgendwie lerne ich's ohne Internet Das kann ja was werden Ei, Karma, das kann ja was werden Du hast Problem Ei, ist Problem Autsch Tja, statt LX Spider steht jetzt hier Puzzles Leggy Lichtschwert Das hätte ich gern Ei, ei, ei Ei, ei Oh, das war zu sehr nah, für meine Liege Danke Sie können nicht jetzt aufschrauben Sie haben noch eine Moon, um zu spüren Ja Äh, ein Wiener Haus zu kommen? Oh, wir waren gerade unterlockt. Als ob Lady sich noch einen Scherz erlaubt hat. Mr. Puzzle kann also auch selbst eingefangen werden. I got trapped in one of my own wacky puzzle-vision adventures. I was still in the moon with you. Um, was it? When I first met you, I thought you were weird and annoying. And you are. You're the weirdest little gremlin I've ever met. However, throughout our adventure, you've proven yourself to be... ...a decent sidekick. Perhaps you're not completely useless, as I originally thought. I suppose what I'm trying to say is... ...as far as little gremlins go, you're decent. OHA! Oh! Ha 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 ha! Excuse you! I am not... ...night! I'm a cold-blooded villain, young lady! You will be well to treat me with the respect I deserve! Keep your laughing! We caught nut bread! Where are we, buddy-buddy! Oh, we're going to help you get to the comedy zone. Oh, how joyous. It feels wonderful to be on the side of true villainy. Es leggy. Oh, how delightful! Good job, my little minion. It's time. A Comedy Zone. I will finally be super popular. Okay. We'll work on your evil lap. Now, let's not dilly-dally any further. A Comedy Zone, the weights. Nein. Okay. Er ist drin. Aber. Aber. Wir haben eine andere Seite von Mr. Puzzles durch die Puzzlewischen kennengelernt. Heute. Und zwar, dass er doch trotz allem ein gutes Herz hat. Und von allem durch seine eigene Puzzlewischen gefangen werden kann. Und, dass es eine Person benötigt, um die Puzzlewischen überhaupt zu aktivieren. sehr wertvolle Information. Bin gespannt, wie es weitergeht. würde Mr. Puzzles jetzt nicht vom Bösen ablassen durch Schleggie. Wäre er tatsächlich der perfekte Kandidat für die Comedy Zone. Naja. Die nächste Woche wird darüber entscheiden. Damit bedanke ich für's Zusehen. Bleibt sozial. Lasst nada. Und bye. Bye.